Ja, hatte irgendwie schon was verbockt, also, nee, fand es nicht so okay. Besonders, es sah so schön aus mit Mickey. Sieht aber schon heiß aus. Also, Mickey ist auch schon heiß, also, ja. Und jetzt kann man Anekdote sagen, was ist irgendwie so ein Live-Auftritt bei TNA, wo Mickey gesungen hat. Also, sie hätte ihr Song gesungen, also, sie ist Hardcore Country, das ist ja von ihr gesungen, ne. Und auf jeden Fall hat sie ihn da so gesungen und auf einmal kein Terror von hinten, mit meinem Auftritt, hat Mickey James ein bisschen zusammengeschlagen. Äh, und da haben die beiden das so lange gebohrt, also geschlagen. Das ist auch der Dreher von Mickey James' Kleid. Äh, ja, ging... verloren? Hm, kann sein. Ja, und... Man könnte kurz, glaube ich, was erhaschen. Aber, ich habe nichts so gesehen und ich bin jetzt nicht der Wahnsinnige, der so jede Sekunde stoppt, um das zu sehen, ne. Also, nee. Nein, 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 nicht Beth. Boah, ey, wie du tagst nur einen Beth. Du Pussy. Du musst ja auch einen taggen. Ähm, warte mal, wenn ich jetzt die Anträge... Aha! Oh, warte mal. Ich habe ne Idee. Was? Was? Das war doch... Rückkampf. Oh. Das war doch... Rückkampf. Nein! Warte, das geht noch. So. Geht das? Haben sie denn einen Bug entdeckt? Hahahaha. Habe ich gewonnen? Wieso? Der war doch jetzt dran. Okay, ich mach schon irgendwas. Ey, du sag mal, ich will nicht mit Brian Kendrick. Brian Kendrick ist scheiße, das ist ein scheiß Kiffer. Ja, Brian Kendrick kifft. Wurde auch deswegen bei WWE auch entlassen, weil er keine Motivation hat und... Ja. Nicht so... sauberer Wessler ist. Hat schon irgendwie betrunken, was im Internet gepostet und... Video auf YouTube. Ganz komischer Typ ist das. Hat das bisschen Talent, aber... auch nicht so viel, wie ich finde. Seine Moves sind... Highfly-mäßig, ja, ganz in Ordnung, ne? Auch für den ersten ist toll. Mag sogar miss. Für den erst. Oh ja. Aha! Aha! Nein! Fuck! Ich wollte einiges, die Glocke nehmen. Hallo? Kannst du die Glocke nehmen? Hm. Geht nichts. Hallo? Fick dich, miss So BAM Hallo, ist hier nicht weiter Ich bin doch schon längst wieder Was ist mit dir los, miss? So, nochmal Wird ein Superkick jetzt sein Hey, miss, riss mich hier auf BAM Endlich, und jetzt ist er ein Finisher Ja, ich block mal alles W, kann ich jetzt einsetzen Haus, komm, komm, komm Ja Endlich Bitte One, two, three Peru Nee, nee, nee Ah Woops Live from upstate New York It's Monday Night Raw Along with Jerry the King Lawler I'm Michael Cole And tonight, we welcome Some of SmackDown's superstars Raw's own JBL will be taking on Jeff Hardy And Michelle McCool has come out To challenge a women's champion Those should both be exciting matchups, King As two of SmackDown's best Battle right here on Raw Yeah, okay, follow me again Mhm, okay, okay, okay Woooo, 10 SMS Mickey, we made a great team last week Just wanted to say thank you I know this great little Italian restaurant in downtown Buffalo. How about we grab some salad and pasta after tonight's show? Let me know. Mmm. Mmm, Nudeln essen. I should end this match against Michelle McCool quickly, so I can get ready. Let's shoot for beating her in Lund. In drei Minuten besiegen. Schaffe es. Motivation pur. You're not enough for me. Oh, no. What does that look like? Hardcore Country! And there I come in. Don't. I can't see you. I'm a man. I always say that the upper part is really good from Mickey James. With the color. Oh, it's also the upper part with the black and the black and the chromes. so gut wie schon wieder so passen er sieht doch Hardcore Country mäßig aus ne sag bitte ja Ah was geliebt Oh komm 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 nächstes Mal mich das schon mal beeilen so schön mal auf den Rücken gehen und nee ich muss aber nur mit Kendrick ein Date haben hallo ja nein oh das ist der Mid Kick oh ups ja den hast du früher auch oft angewandt und ja es ist ein Lesbenmove ja ja 1 2 hey nein verarscht bist du Arsch ja er ist schneller hier Suck Elbow Schiff noch ne Minute ich will es schaffen hier Neckbreaker Neckbreaker DDT klappt er? jaaa wunderschön 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 1 10 10 11 10 12 13 15 15 16 18 Oh, die Storyline, ja, boi. Kendrick, du alter Hund.